Sackiger Sack Sackiger Sack Auch gute Bezeichnung Ah hier, das ist gut für Fiona Oh, Jug Jug Ah, Jug Jug heißt das, alles klar, okay Ja! Ein Raketenwerfer Ein Raycade Raywell Ein, äh, was, das? Raycade Raywell Ja Okay, gesunden Tag, Jamie Noch ein, noch ein, noch ein Ich fahr nicht durch die Tür Hey, dann bist du einfach zu fett gefressen Nein, ich bin ein Hund Also, im Spiel Ja, auch im echten Leben, oder? Wuhu Das Wie er jetzt einfach ankommt Hey Als ob mir das was macht Okay, wohin wollen wir? Ihr eilen Säcke Ich bin hier unten Tja Und der Rift ist, der Rift ist auch schon wieder weg Rift Rift Aha Genau, Tobi So, mein Drache, mein Drache Du hast gute Arbeit geleistet Da ist ein Loot Drop Ja Looted Robby Tobi, da ist ein Loot Drop Ja Ja Das Ding ist Wo hab ich da überhaupt hin? Haha Jerry schreibt mir gerade Was schreibt er? Wie es mir geht So, das ist aber los Mann, wie komm ich denn da hoch? Ich Ich hab's geschafft und bei mir sind Schüsse Skill Okay Schüsse Oder was? Schüsse Gucken wir mal Schön, dass ihr einfach den Ich brauch das Ich hab den John Slides Ich hab Ja Hey Jerry Ja, es geht mir richtig gut Ich spiel gerade mit Fiona und Jamie eine Runde Fortnite Yay Wie geht's dir? Nimm mal Das Wie geht's dir? Kam aber spät Ja, ja Das ist so Ich wollte nicht Hilfe 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 Ich komm nicht hoch Ich komm nicht hoch Ich hab's geschafft Jug, 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 Jug Ich brauch den Wollen wir zum, äh, Fight da hinten? Ja Lass pushen Let's go Weg, 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 Weg Das hat dir geholfen Hä? Oh Jetzt hab ich keine Sachen mehr Jamie, du Du riechst es aber auch so ganz kalt aus ging We rights Das hat mir kt besch celular Hag 64 Ha ha ha, die sind schlecht das ist gut schleiße jetzt was für leider warum ist das gut naja das nehme ich gerne ja warum liegt hier Mais weil da halt Mais liegt lass dem Mais Mais sein alter lass den Mais Mais so ok was ist hier er wollte doch auch nur ein schönes leben haben und du wirfst ihn gegen Wände Maisverschwender genau Maismörder Maismörder ja wir spielen Fußball ja los ich bin Tor ist hier überhaupt ein Ball ja hier ich hab ihn hier ist eine doppelläufige Schrottwünste episch ok es interessiert einfach kein doppelläufiges Schrottwünste nein wir spielen gerade Fußball wir können gerade nicht ok oha oh es geht bei euch nein ja und nochmal wo ist der Ball wo ist der Ball du hast den Ball weggemacht da du hast den Ball weggemacht du hast mich durchgeschossen ich hab dich getunnelt getunnelt bam das macht keinen Sinn das macht sowas von Sinn ich bin einfach besser als du dieses Kickgeräusch ist aber auch so geil ja in Ecke in Ecke ja das ist richtig stumpf irgendwie das ist so alt oh gee ja 2 gegen 2 äh 2-2 jahy und die Zone kommt na toll nur weil Tobi Fußball spielen musste ja also wirklich Tobi warum musst du immer Fußball spielen ernsthaft ich hasse mich selbst dafür ist ja schlimm ist ja schlimm mit dir ist so sprachfehler nein es war ein Remix man es ist so weißt du der Witz war so lustig ich hab grad vergessen zu lachen und der war richtig schlecht der war so Ü50 und bis eigentlich 10 Jahre alt er war auch wieder zu schlecht und dass er wieder lustig ist so wisst ihr wie warst du ein Bananer auf den er ist einfach so mann weil ich ein Affe bin jedenfalls er war gar nicht aber er war so schlecht dass er wieder lustig ist safe oh nein wir verlieren Fiona ihre Verbindung ah ne doch nicht ja war grad wieder Tobi war auf die Sachen auszudenken meinst du ich hab Zauberkräfte und es passiert ja ja aha Tobi Tobi hast du wieder von deiner bösen Nachbarin was zu essen bekommen ey ohne Scheiß äh nein gerade nicht aber ich hab immer Angst so immer wenn es klingelt und die kommt dann mit irgendwas mhm wann hat sie dir zuletzt was gebracht ähm also ich sag mal so das war bestimmt vor zwei Monaten aber ich hab's noch im Kühlschrank ich hab's nicht gegessen haha wie nett ich hab's eingefroren ähm eigentlich lecker Kuchen aber ja ich hab Angst du hast ihn eingefroren ja du nimmst ihn zu Weihnachten für uns mit ja genau mhm Tobi was ist denn das mhm ach keine Ahnung auf einmal so bum bum alle fliegen um nein aber ähm Dings ich kann mich noch an diese Melone erinnern oder war das Melone nein Melone was ist oh hier sind welche Achtung ja was du mal geschnitten hattest wo Jamie dachte dass es ein Hexel dann hat vorhin auf geht's was du auf tiktok hast Tobi easy hm Tobias was du auf tiktok gepostet hattest Mann quatsch nicht Jamie was sorry was du auf tiktok gepostet hattest ja war das war das Melone äh oh Gott was für ich weiß es grad echt nicht mehr jedenfalls hattest du das geschnitten und dann meintest du du hast irgendwas von der Nachbarin bekommen und Jamie bedacht du ist vergiftet ah ja achso ja das war so gut das war so gut das war so gut ähm ja ich hab mir das letztes angeguckt ich hab das letztes angeguckt und auch den Tanz von Jerry okay ja man äh wir müssen also ich hab auf jeden Fall gestern wieder Material aufgenommen und vielleicht wenn wir jetzt hier noch irgendwas cooles haben dann würde ich es auf jeden Fall auch mal zusammenschneiden weil ich glaube du warst noch in keinem Video hier unten ist ja einer ich war schon in einem Video das mit ähm das mit äh Dings mit dem Ätzen wo ich dann ja gesagt habe ah und wo ich gelacht habe bei Jennys Tanz da war ich auch da boah die wurden auseinander genommen NEIN NEIN es wird mir stinken an deiner Stille Jamie hast du hier Jamie? brauchst du? ich glaube er hasst mich Jamie was ist denn jetzt mit deiner Energie? brauchst du hier oder nicht? ich glaube er hasst mich gerade abgrundtief weil ich ihm ähm Dings seine ganzen guten Sachen geklaut habe ich kann den Jug-Jug nicht werfen hier Jamie hier ein Jug-Jug für dich bist du jetzt wieder glücklich? Jamie Nimm den Jug-Jug Nimm den Jug-Jug Nimm den Jug-Jug Alter er redet nicht mehr mit mir ne mit mir auch nicht er hat uns beide gestummt Alter das ist so ein richtig so ein richtiger Jamie-Move mal wieder Jamie-Move oha dafür gibts sogar ein Wort ja weil weil nur weil ich ihm seine Waffen geklaut habe und in den letzten Runden hatte er immer die guten nach unten ist es so weit jetzt heulen nicht hier ist ein Wusch ey was soll denn das hier da unten wird hart gefeitet ich fahr jetzt alleine nein nein AAAAA doch nein Jamie hey Tobi hast du das gesehen? so halb so halb er hat dich runtergeschmissen in den Berg ey das das ist so ein äh hier ist ein Lutro oh ja ist nicht so und dann werde ich schön reagiert ok einfach kurz Michael Jackson geworden aber Tobi dann werde ich schön vertreten na was wirst du? markiert ja safe mit Marker also darauf verstehe ich jetzt auch ok machen wir sonst mach ich den Jamie-Move nein nein bitte nicht doch mach den nein nur ich darf den machen haha ja ey dann 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 mich Nicht, Freundchen. Was soll denn das? Hör auf. So. Ah, hier ist noch ein Biggie. Okay, okay, okay. Das heißt, großer Schilddrank. Großer Schilddrank mit Öl. Schilddrank. Schilddrank. Hör auf. Also, ich bin voll Schild. Hör auf. Nö. Okay, wir haben gleich schon Endgame. Nice. Jamie, du Hund. Es ist ja nicht mal eine Beleidigung. Er ist halt aber wirklich ein Hund. Safe. Ja, und er macht schon wieder den Jamie Move. Wenn ich sage, du Affe, ist das bei dir auch keine Beleidigung? Nö. Beim echten Leben bin ich es nämlich nicht so bestimmt, aber er war ja doch nicht da. Mann! Gott geht's auf, mich zu ärgern. Hey, wir reden gerade über... Affen. Affen. Ach, was für ein Jahr. Was hast du bekommen? Was ist das denn? Reif, Handschuh? Ach, die sind nicht gut. Einen die denn Raketenwerfer? Wir müssen... Okay, Vorsicht... Ah, die sind ja geil! Achtung, hier ist irgendjemand. Die Spider-Man-Handschuhe waren... ...legendär, ähm... Die waren richtig gut, Mann. Die waren legendär. Also, okay, wir haben noch zwei Teams noch. Macht jemand mit? Was? Komm mal her, James. Hm? Okay, einfach James. Das ist gut. Nein, äh... Du Arsch. Nein. Okay. Mann, ich hält jetzt hier meinen Margarita-Tanz. Alleine. Oha, wo? Besser so. Kann man... Ist das ein Sammel-Emote? Nein, den kann man mitmachen. Oh, da habe ich eine gute Idee jetzt. Nein! Hör auf! Du darfst unsere Position nicht verraten, Mann. Guck mal, wir haben Edge-Game. Das ist ja nicht so laut. Nein, aber... Die Musik von der Granate ist mindestens so laut wie die Musik von den Karate-Affen. Von den Karate-Affen! Hör auf zu lachen. Das ist so eine schlechte Nachmache, Jamie. Wollen wir einen Tower uns gleich aufstellen? Nein, wir wollen jetzt angreifen. Was war denn sein Auftrag? Und uns zu töten? Das glaube ich nicht. Das war ja richtig armselig. Ja, das war ein Bot. Oder den haben sie vorgeschickt. Und wir werden jetzt von hinten nicht attackiert. Äh, wollen wir jetzt einen Loot-Mob? Weiß nicht. Oh. Ja, kamen wirklich welche. Okay. Ich hab einen. Ja, dann sind wir jetzt noch drei. Okay, nice. Ey, komm, die Runde schaffen wir noch. Komm, 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 komm. Ich baue einen Taschentower auf gleich. Da oben! Da oben! Okay, ich sehe es, ich sehe es. Okay, ich sehe es. Aga, what you like, though. 22er. Ah! Ich wurde gesniped. Ja. Pass auf, was du machst. Geh, wir sind im Sandwich. Ich wollte mich gerade zubauen. Äh, von oben auf den Berg da, da snipe noch jemand Fiona. Ja. Aufpassen. Und rein in die Taschenburg. Wie sehe ich deine Freunde? Wie sind deine Kollegen? Ihr schafft das noch. Ihr schafft das. Ihr schafft das. Ich schafft das. Die haben vom Hoch. Die kommen hoch. Ja, ich merke es schon. Komm schon. Ach komm. Damit ich zusammengearbeitet. Doch, ich habe ganz gut zusammengearbeitet. Jamie, komm, wie holst du jetzt noch? Schaffst du jetzt? Komm. Es sind noch drei. Sei nicht schlecht, sei gut. Das wäre mein erster Sieg. Ja, aber wo sind die? Auf dem Flachfels. Die sind auf der Taschenburg. Die wir jetzt leider verloren haben. Das ist jetzt unfair. Aber vielleicht müssen die gleich moven. Ja, du musst die Boogie Bombs nutzen. Ich weiß. Okay, die können da nicht bleiben. Das ist gut. Bleib da drin. Du hast noch Rakete. Hä? Er schießt mir durch den Kopf an. Ja, Digga. Er hackt. Wo ist das? Der kommt. Nein, er macht es auf sich selbst. Nein. Was für Schwitzer. Okay, komm. Wir probieren noch eine Runde. Ich weiß nicht, ob ich die durchziehen kann. Aber... Ich zieh sie durch. Okay, das geht. Egal, was kommt. Dün, 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 dün. Nein. Das ist wirklich OG. Das ist... Der ist doch im Battle Pass gewesen, ne? Du darfst nicht mitreden. Warum? Was ist los, Herr Krümel, ne? Die Wand. Herr Krümel. Ist ja auch geil. Ich hab dir gerade einen fetten Bitchblick gegeben, auch wenn du ihn nicht sehen kannst. Danke. Ich hab's... Ich hab die Aura gespürt von der Himmel. Ja. Ja. Jamie, hast du's auch gespürt? Ja. Gut. Ja. Ich weiß nicht, wie sowas aussieht, aber... So, okay. Wohin? Ja, Jamie, du bist halt einfach schlecht. Paradise? Leid leise. Paradise? Nö. Nein, wir gehen natürlich dahin. Na gut. Oh, da ist hiermit ausgestiegen. Ja, nee, okay. Dann gehen wir jetzt Paradise. Oder was? Ja, dann gehen wir. Gehen wir denn jetzt hin? Ja, Paradise. Die komische Wüste. Ja. Nee, die komische... ...orange von der Wüste. Ja, warum ist die Orang? Ey, das ist so krass, weil... ...ehrlich... ...die nächste Woche ändert sich die... ...die Map komplett, ne? Das ist eine komplett andere Map von Season 5, ne? Chapter 5. Ne, hä, wirklich? Ich da... Ich denke, die geht jetzt von 1 auf 5 direkt, ja. Ich glaube, ja. Hä, eigentlich sollte noch Season 7 kommen. Kommt sie ja vielleicht danach, ich weiß es nicht. Ehre, doch. Wir haben jetzt gerade 2 6. Die hier einfach schon welche sind. Ich weiß jetzt. Ich weiß jetzt. Pinkchillie. Pinkchillie. Jamie, woher kennt sie? Jamie. Jamie. Hey Tobi, wie geht's dir heute? JAMIE! Ich bin... eher stark an dir. Mir auch. Das ist nicht so ein Stich. Ich höre da so ein komisches Summen in meinen Ohren. Alter! Du Arsch! Ah! Mein Ohr aber! Hey Tobi, du hast einfach... Zugriff! Ja! JAMIE! Kommen wir hier rein, genau. Ich bin drin! So! Was jetzt, hä? Ja, verteidige uns! Haha! Perfekt! Schlecht! So, und hier einmal das... ...und das. Ah, dann ist Munition. Ah! Ah, ha, ha! Hä? Sorry, Leute. Das ist verrückt, ich komm nicht nach oben. Vorsicht, hier kommen welche. Ich hör's. Also, die sind... ...hier irgendwie drin. Ich... Das Problem ist, ich kenn diese doofe Burg noch nicht so richtig. Ich weiß halt nicht, wo die Ausgänge gut sind. Ja, du musst halt die Tür rein. Ja, ich weiß, aber... Dann gehst du da hoch... Aber ich hab keinen Bock, dass ich jetzt hochgehe und dass die mir ins Gesicht ballern. Nee, mach ich nicht. Du machst das jetzt! Nee? Du machst das jetzt! Was für? Ich mach das jetzt! Ich beigere mich. Doch, 2 gegen 1. Du hast aber keine... ...Gerechtigkeit. Ich hab... Okay. Du hast keine Rechte! Du hast keine Gerechtigkeit! Du hast keine Gerechtigkeit! Hehehehe! Hehehehe! Er hat schon abschossen! Ja, das war's. Hä, wo sind die? Tja, Remi, wie stehst du in Deutsch? Ich? Ja. 2. 6. 2? Ah, ich glaub eine 2 in der 10. Klasse ist nochmal höher als in der 7., oder? Nein! So, kann ich jetzt eigentlich da oben nochmal einen Turm raufbauen? Ja. Also, es sieht zwar jetzt komisch aus, aber... Ja. Los geht's! Ja, es hat... Es hat funktioniert! Es hat Stil! Es hat Stil! Und jetzt... Es macht mich jeder! Davon brauchst du auch was! Oh, Alter! Jamie disst hier richtig! Du kannst ja mal den Turm fragen, ob er dir was abglückt! Boah! Ich mach immer... Ey! Hör auf, hier Sachen rumzuwerfen! Da hinten ist ein Gegner! Das war gar nicht Tobi! Nein, da! Er läuft! Go! Ey! Ich hab ihn low gemacht! Das zählt jetzt nicht, wenn du ihn holst! Du... Du musst dich neben mich stellen! Nein! Die ohne Arm! Deswegen... Jetzt kommt die nicht mehr raus! Du musst es abbauen! Dann wird jemand raus zu helfen! Ha! A-Ehter! Da! Er läuft! Iii! Ich hab Haare! Oh, nein... Also wir, ich würde sagen, wir landen Paradise Items, äh, Flammen, Flammen. Items! Paradise Items, der kennt den auch nicht. Er ist jetzt ein neuer Ort in dieser Map, noch nie gehört. Paradise Items, sehr klar. Luke! Ja, da warst du früher auch schon. Heilung! Wuhu! Im Fernseher. Im Sofa. Im Stuhl. Jamie, es bringt nichts, wenn du das abbaust. Wir können nicht mehr. Doch! Was hast du gerade gesagt? Hey! Okay, die Hälfte der Leute sind schon mal... Komm kämpfen, komm kämpfen! Los, komm kämpfen! Ich meinte im echten Leben. Das willst du nicht. Jamie, du bist ein Lauch. Und du bist ein Gollum. Ohohoho! Alter! Alter, der kann auch austeilen, ey. So, okay, Leute, jetzt, bevor hier wieder irgendwas Verrücktes passiert, ich guck mal schnell auf die Korde. Wollen wir mal hier noch zu... Kurz Akzent bekommen. Warum fährst du Auto? Du hast keinen Führerschein, du fährst immer mit Bus und Bahn. Oder du fährst mit Andi. Tobi, hast du eigentlich einen Führerschein? Ja, klar. Hä, warum fährst du denn immer mit Tobi mit, äh, mit Andi? Ja, weil ich kein Auto hier habe in Berlin, aber ich habe einen Führerschein. Und wo hast du ein Auto? Und was nützt du, ein Führerschein und ein Auto? Äh, dass ich... Hä? Dass andere saufen können und ich die fahren kann? Ich wusste gar nicht, dass du ein Auto fahren kannst. Und hä? Aber du hast ja kein Auto. Ich habe dich an die Autofahren sehen. Ja, ich hab, äh... Ja, okay, ja, stimmt. Aber ja, ich kann Autofahren. We tell you, bro. Hier, da ist ein Gegner. Komm, wir fahren jetzt mal Gesundheit zu den Gegnern. Gesundheit zu den Gegnern. Da ist ein Gegner. Happy Birthday, ihr Kleinen. Die hat einfach keinen Schuss getroffen. Ich war auf, meine Sachen zu stehlen. Er hat mir einfach nur ein, ein HP weggenommen. Guck mal, da stand Topmaster hat den Gegner besiegt. Der Stand nicht. Jamie, komm, ne, den Gegner besiegt. Hast du Beweise? Ja, steht doch, links da. Stand doch da. Stand. Stand? Und jetzt? Hast du jetzt noch Beweise? Ja, ich hab's auf Aufnahme. Jamie, hier. Hier sind Gegners. Oh. Gegners. Gegners. Un-gript. Un-gript. So, Piese. Ach, was machst du denn, Junge? Genau. Was haust du da ab? Was haut der jetzt ab? Warte, wir haben einen neuen Freund. Der war auf unserer Seite. Jetzt ist er gefallen. Man darf nicht teamen. Dafür kann man gebannt werden. Ein gefallener Soldat. Ich, ich nehm' ihn ja nur mit. Als Schiffenhecker. Als, äh. Nein! Ja, egal. Mann, wie hieß das? Als, äh. Scheiße, wie hieß das? Hallo? Hallo? Da ist er auf dem Dach? Ja. Wie hieß denn das? Fack mich doch mit. Wenn man jemanden hat, sodass die anderen nichts machen, so. Alter, die ziehen mir richtig ab, gerade. Hallo, Leute? Ja, sorry, was? Was, hä? Wie, wie hieß denn das? Was? Na, wenn man, äh, hier, jemanden gefangen hält, Ja? Und, dass jemand, äh, zum Beispiel, Geld dafür zahlt, oder so. Achso, Geisel. Genau, Geisel. Nein, diese, wir sind keine Geiselhafte, Geiselnnehmer. Du hattest ne Geisel. Das war ein Freund. Boah, Jay, hast du die Minis nicht getrunken? Nö. Du musst mir aufgeben. Trinkt ihn doch mal, bist du behindert? Nein. So was frag ich überhaupt noch. Du stinkst. Sag, der Affe hier. Oh, wow. Alter, dafür hab ich jetzt Schaden kassiert, nur um was zu holen, was schlecht ist. Wuuuuh. die hält sich ganz weit raus. Hey, ist jetzt nicht dieses, dieses 18 Uhr Dingens? Ja, egal. Wie hieß das? Wir sind Gegner. Tobi. Ja? Ein World Cup. 18 Uhr. Ja, äh, irgend so ein Cup, genau. Ähm, machen wir den? Keiner macht den mehr von uns. Warum? Achso, ist schon vorbei. Ne, also, der, der hat zwar angefangen, man kann noch einsteigen, aber das Ding ist, dafür musst du halt wirklich, äh, äh, zehn Runden spielen, also zehn richtige Runden und dich da halt immer gut platzieren und dann die Punkte und dann, je nachdem, wie vier Punkte... Ja, das, weil, du hast halt drei Stunden Zeit für die zehn Spiele. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Hier ist ein Busch. Gönn dir. Damit siehst du auch besser aus. Was hast du gerade gesagt? Das, was du gehört hast. Was hast du gerade gesagt? Ich habe nämlich, ich habe deine Wörter nicht verstanden. Also, ich habe es wirklich nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. Ja, doch gut. Macht nichts. Was hast du gesagt? Jetzt steh zu deinen Aussagen. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Das ist so eine Lüge. Aber auf jeden Fall war es ein Diss. Aber ich habe es echt vergessen. Äh, Jamie. Ja, dann sag mal. Ah, ich glaube, ich habe gesagt, dann siehst du besser aus. Wenn was ist? Wenn er den Busch nimmt. Achso, ja. Ich dachte, das ist jetzt nichts Neues. Nein, für uns ist es nichts Neues. Hahaha. So. Okay, hier ist es langweilig. Ja, guck mal, Jamie sieht jetzt viel besser aus. Ja. Nicht mehr so hundig. So, dann, äh... Ey, oh mein Gott, bist du mir hingekriegt? Er hat eine scheiß Haftgranate an meinen Arsch gepoppt. Hahaha. Äh, äh, du kannst mal ausprobieren, wenn du die... Mach auf zu lachen. Wenn du die dran hast, Nein. Dann kannst du mal emoten und dann einmal schnell Sprint drücken. Dann müsste es eigentlich abgehen. Ey, Jamie, mach mal noch eine ran. Ich hab, das war aber die letzte. Ach, dang. Na, dang. Das, die, das, die, das, die. Das? Wir gehen jetzt zu das, die. Och, nee. Och, nee. Mann, Seid leise. Wie wird das eigentlich ausgesprochen? Du's die, die Wut. Ich weiß es nicht. Ich hab Jerry auch gestern gefragt, er weiß es auch nicht. Also... Du's die, die Wut. Ach, nee. Ich mach das jetzt nicht. Was? Ich verschwende jetzt kein Midi-Pack. Das krieg ich auch wirklich noch durch kein Zeug rein. Wie viel genau hast du? Äh, zwei. Leben. Willst du eins? Leben, 78. Zwei. Ich dachte, du meinst nicht den Midi-Pack. Ich hab. Nein. Ich hab nämlich noch Verbände. Oh, nee. Oh, nee. Juck, juck. Oh, ja. Ich weiß es nicht erzählen. Wenn wir kämpfen, dann bin ich nicht mal euer Verbündeter. Dann bin ich ab sofort euer Feind. Na klar. Laber. Wollte ich es sehen? Dann müssen wir jetzt kämpfen. Dann kämpfe ich gegen euch. Du kannst uns nicht mal töten. Willst du mich verarschen? Aber ich kann dafür sorgen, dass sie gegen euch töten. Ja, dann würde ich sagen, äh, spielen Tobi und ich alleine. Safe. Dann würde ich sagen, okay. 18.30 Uhr hat sich jetzt auch Jerry mit angemerdet, ne? Also, nur mal so. Ja, wenn ich dann noch kann, dann. Ja. Ach, frag, wenn dein Freund kurz bei dir ist, so, ne, kurz bevor er da ist, sagst du ihm, du willst noch, du brauchst noch Kinderschokolade. Ja, mein Brüderchen ist dann da, ich brauch ihn. Nee, nee, die sind ja eh gerade noch einkaufen. Ja, ich meine, weißt du, das ist tricky, tricky mäßig. Wieso, Hobi, wieso? Was willst du denn jetzt? Nein, der bringt mir schon Sachen mit. Das ist schon so viel dann. Ach so. Ich weiß auch nicht was. Was denn? Was denn? Wieso? Wieso? Ja, weiß ich nicht warum. Ich hab ein Chak-Chak. Du, ein Brüderchen. Ich hab ein Chak-Chak. Ja. Geil. Sophie, du gehörst, du gehörst nicht mehr zu uns. Was? Du bist verstoßen. Du hast Klappe. Jeder braucht ein Chak-Chak. Ich hol mir noch ein Chak-Chak, Alter. Nicht, bevor ich ihn bekomme. So, jetzt. Oh, nee. Da oben ist einer auf dem Berg. Da müssen wir so lange hin. Fiona hat Weihnachten. Okay. Fiona. Fiona. Okay, wollen wir. Wollen wir da hinter dem Berg mitkämpfen? Wieso hab ich denn jetzt schon wieder Weihnachten? Ja. Oh Gott. Achso, wegen Sachen auspacken. Ja, nee. Das ist, weil ich ihm letztens auch Sachen gebracht habe, die ich nicht verstehe. Alter, sind hier viele. Okay, los geht's. Ich sag dich. Ich hab gesagt, ich bring euch um. Ich mag euch nicht mehr. Mh. Das war easy. Jamie, mich magst du. Ich hab hier ein Chak-Chak. Ja, dich mag ich. Ach, klasse, Jamie. Tobi, was hast du gerade gesagt? Hast du schon gehört? Okay, nee. Ich schreib das Papa. Mach doch. Schreib alles Papa. Nee, ich sag das Mama. Der glaubt dir doch auch nichts mehr. Ja, die glauben dir beide nichts mehr. Ich bring Tobi beim nächsten Kampf um. Er ist verrückt. Er hat zu viel Fortnite. Jamie muss es in die Psychiatrie. Ehrlich? Nein, die hilft auch nicht mehr. Oh ja, stimmt. Mir aber auch nicht, Jamie. So. Jaja, ich seh schon. Ich bin hier in guten Händen. Wieso? Meine kleine Cousine und mein kleiner Cousin bringen mich irgendwann um. Alles klar. Okay, komm. Jetzt haben wir wieder Endgame. Nur noch zwei Teams. Die machen wir jetzt auf jeden Fall platt. Haben wir letzte Runde auch gesagt. Haben wir gesagt. Aber Jamie hat versagt am Schluss leider. Jamie macht den Jamie Move. Wir müssen irgendwas ändern. Hast du AK-Money? Robi? Äh. Genau, nimm die mal. Äh, AK-Money. Äh, wie sieht die... Wie viel hat die? Fünf, drei, zwei, oder? Äh, das zweite. Das zweite, ja, hab ich ein bisschen. Dankeschön. Bitteschön. Jamie, gib mir mal bitte die Waffe, die du gerade gefunden hast. Die brauchst du nicht. Du bist zu gut dafür. Let's go. Du bist zu gut dafür. Komm schon, Jamie. Er hat meine... Oh, da kommen welche, Achtung. Welche hat er denn? Ich weiß nicht, wie die heißt. Das ist so eine richtig krasse Schnellschuss... Äh, äh, Knarre. Mann, Jamie, komm schon. Sei kein Hund. Alter, er ist einfach... Ja, und er ist der Hund. Dieses Sei kein Hund, Alter, das ist so cool wegen seinem Skin. Jamie, sei kein Hund. Ich sehe schon, er leftet gleich. Nein, nicht im Endgame, Mann. Komm schon, Jamie. Buschkind, komm runter. Wie du das auch so sitzt, so. Jamie, bitte, bitte. Komm schon, wir machen den Hasen. Ach, Jamie, come on. Na, das ist cool, den wir auch haben. Aber warte, ich habe eine Person hier. Ey, Jamie, du wirst gleich so abgeknallt von den Leuten. Gib mir meine Waffe, Jamie. Soll ich hier ein bisschen... Ich putze hier ein bisschen. Hier ist ein bisschen dreckig. So, muss ich den Dreck wegputzen. Ja, danke, genau. Ich wusste, dass das kommt. Ah, okay. Hol dir doch deine Waffe. Was wartest du? Hast du die da überhaupt hingelegt? Ja, ich weiß, du nimmst die doch dann eh gleich weg. Ich probiere es erst gar nicht. Ich kenne doch deine faulen Tricks. Was ist das für eine? Ach, die. Die, die sind die dann da. Du kannst die haben. Wirf die hier runter, dann glaube ich es dir. Was? Wirf die hier runter, dann glaube ich es dir. Danke. Bitte. So, okay. Was ist hier los? Oh, hier kommt einer. Ja, ich sehe es. Nein, ich sehe es nicht. Ich sehe es, ich sehe es nicht. Da hinten. Hast du blind? Hä, aber... Ja, ich sehe es nicht. Das ist eins, hab ich auf jeden Fall. Los, komm, wir müssen da ran. Geh die. Ja, einfach hierher, komm. Ihr macht das. Ich brauche erst... Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Nein, Jamie. Bitte nicht. Ja, der ist alleine. Ja, ich weiß, aber ich brauche unbedingt... Er, er hielt seine Freunde an da. ...die gar nicht gelaufen. Wo ist der? Ja, da. Ey, warum haben wir das nicht geschafft? Dang it. Ich höre. Ich höre. Ah, du hättest mir packen müssen. Nein, 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 nein.